Musik Willkommen zurück Leute hier bei Let's Play Tales of Graces F Mit diesem Schiff kommen wir nach Fendel Von dort geht es dann nach Windor Und wir können nicht mehr zurück momentan Das sollte man wirklich in Man sollte es sich merken Sagen wir es so Es ist wirklich, wir kommen hier nicht mehr zurück Das kann ich diesmal überspringen Da ist nämlich keine Szene oder sowas Also keine Sorge, ich überspringe nichts Wichtiges Das weiß ich Ja, die Militärpläne schreiten voran Sämtlicher Schiffsverkehr wird eingestellt Das heißt, wir kommen nicht zurück Des Himmels andere Seite Hang in there, Sophie I'm okay Hey, do you really think this Fodra place could exist on the other side of the sky? It certainly does sound like a fool's errand And yet it's an errand we have no choice but to undertake The ancient Amarsians totally knew this day would come That's why they left a method for us to reach Fodra Yes, when you say that, it almost feels possible Like it's our destiny Yeah, I agree All we can do at this point is just believe in ourselves And move forward We can't afford to sit around and do nothing So just hang in there, Sophie I know you'll be okay Genau Die Kleine schafft das schon Ich bin mir nicht sicher Aber ich meine, wir würden hier gleich neue Feinde kennenlernen Aber wie gesagt, ich bin mir nicht ganz sicher Und selbst wenn nicht, dann Aber ich meine, hier rennen jetzt neue Feinde rum Wegen dieser Monstersache Nett ausgedrückt Älter, zweiter Norden Ja, äh, nein Das hast du mir damals schon mal gesagt Nett von dir und so, aber Nicht damit Ja, genau, das hier Wir treffen auf Fragezeichen-Gegner Diese Fragezeichen-Gegner sind Ihr seht's ja, im Prinzip Diese neuen, seltsamen Kreaturen Die nur durch Nova attacken Was heißt nur durch Nova attacken? Nein, eigentlich nicht nur durch Nova attacken, sondern Ähm Deren Barriere Nur durch Nova attacken zerstört werden kann So sollte ich's vielleicht eher sagen Schicke Modeikone Stadtlicher Herzog Warum auch immer ich jetzt gerade diese Tile gekriegt Hab ich keine Ahnung Ähm Gucken wir mal kurz Teufel Eines der mysteriösen Abnormalen Monster Die weltweit aufgetaucht sind Ja Das ist ein Teufel Klingt doch nett Und ein Pfirsich Ich persönlich hab Entweder ich hab noch nie ein Pfirsich gegessen Oder ich mochte Pfirsich ihn Ich bin mir gerade nicht sicher Welches davon er zutrifft Und selbst wenn Ich bin mir auch nicht sicher Ob das irgendwas hier dazu tut Schließlich sollte ich mich jetzt nicht davon überzeugen Dass Pfirsich ihn gut schmecken Oder sowas Ich kann nicht aufhören diese Stempel zu sammeln Eine Anspielung auf die Die Stempel die man bei den Turtles kriegt Warum auch immer jetzt sowas kam Ich hab keine Ahnung Gegen diese Gegner kämpfe ich jetzt auch nur Einfach aus der Sache heraus Dass sie neu sind Und dass ihr mal ein bisschen seht was die können Und weil sie noch einigermaßen gut FP geben Also Also nicht nur FP Sondern auch Erfahrungspunkte Aber das ist schon ganz praktisch so Zack, 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 zack Ja momentan versuche ich den Dämonenzahn Titel zu bekommen Den Dämonenzahn Meistertitel Wollte ich nur mal erwähnt haben Ich meine es gibt hier aber auch doch neue Also andere Gegner außer die hier Aber scheinbar nicht Doch, da haben wir sie doch Geht doch Auch dieser Gegner ist einfach markiert Als ein Fragezeichen Gegner Wir wissen also nichts genaueres über ihn Außer was er ein Teufel ist Was aber auch reichen sollte Und Oder so Oder wir übertreiben einfach mal eine Runde Aber gut Zwei weitere Titel gelernt Gefährliche Flüssigkeit und Morsches Schwert erhalten Ich bin zufrieden Titel werden gelernt Das heißt ich kann zu weiteren Titeln überspringen Übergehen, wie auch immer Immer gut sowas Und außerdem wird dabei gekocht Immer perfekt Genau dieselbe Gegnerkombination Wow Es ist so ein bisschen seltsam Wenn man das richtig mitkriegt Dass es genau dieselbe Gegnerkombination ist Wie gerade eben Wenn man das direkt sieht Ich weiß auch nicht Ich sag doch Diese Technik hätte gerade gereicht Aber nein Er musste ja seine müste Scharte einsetzen Und alles zerfetzen Meine Güte Komm mal her Komm mal her Dementsprechend ist es nicht verkehrt Wenn wir mal so ein bisschen gegen diese Gegner kämpfen Einfach nur so aus Züchser und Sollerei Und Spaß an der Freude und so Und eine Minute kurieren Er lernt Und Schnäppchen in ihren Titel Gemeistert Und Es ist herrlich Wir meistern und machen alles mögliche hier Ja So sieht es Das hier machen Oder weiter da Da lernst du noch Eine Art Eine Art Also das ist schon in Ordnung Das Tor ist glaube ich mittlerweile geöffnet Das heißt wir müssen uns halt nicht Per Turtles hier durchschleichen Das ist aber auch völlig in Ordnung Die Feste erinnert hier übrigens Direkt an Wallbridge Ich weiß nicht warum Aber es ist so Ja Ja Ich weiß nicht Ich sehe keine Fendel Soldaten hier Das ist weil sie sind weg Sie sind weg Sie sind weg und verletzten einen Tag ohne Träße Wir haben gedacht sie sind zu etwas also jeder hat sich auf den Weg Die Situation hat verändert Unsere Länder können uns nicht um uns zu kämpfen jetzt Die drei Valkonisten wurden völlig verletzten Elif Unsere Länder haben zusammengekommen in einem Versuch, um die Krise zu lösen. Bitte, Sie müssen uns passen lassen. Ja, natürlich. Uns sagen die doch ganz klar, ja, kein Problem, geht durch. Ich meine, das war jetzt ein bisschen unnötig. Ich weckere wieder da, wo ich nicht weckern brauche, aber... Was hätten die jetzt gesagt? Nee. Aber egal. Wie gesagt, wir gehen jetzt wieder in die Küstenhöhle. Die Küstenhöhle haben wir schon lange nicht mehr, ich sag mal, durchsucht. Hier haben wir sogar noch die kleinen Blockdinger. Und die Seesterne. Das ist das Schöne daran, dass sogar noch alte Gegner hier jetzt existieren. Kindheitsgegner sind halt so die Sache, die sind nicht immer da. Aber die älteren Gegner, die bleiben da. Die ändern sich nicht großartig. Na. Schwer wiegt das Dasein. Hier geht's. Gut, es sieht, wie sie endlich zu Hause ist. Das ist schrecklich. Ich wollte es nicht glauben, dass diese Frau verrückte Frau wirklich Sophie war. Du bist so sicher. Und ich bin überzeugt, dass du einfach nur die Realität von dem, was tatsächlich passiert. Das ist schrecklich, aber auch wahr. hey asbel let me help you i'll carry sophie this time around are you sure she looks tiny but she's actually pretty heavy don't worry i can do it one two three oh wow she is a lot heavier than she looks i told you right here let me take her no i said i'll do it and i just i want to be close to right now ist das nicht ich wollte schon sagen wie entdecken die habe ich schon mal entdeckt aber gut ihr erinnert euch an dieses ding wo ich gesagt habe das sieht genauso aus wie eine tür ja es ist eine verdammte tür das war so klar und das ist kein spoiler ich meine jeder der da durchläuft der sieht das direkt beim ersten mal das habe ich auch gesehen das habe ich mit meiner freundin gespielt meine freundin hat es gesehen das sieht man was nicht verkehrt ist es nur man sieht man 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 sieht direkt das ist was vermutlich naja flatter flatter flieg flieg das wird schon funktionieren oh so that's it can you make it work hold on i'm getting there it's working oh that's nothing we're just getting started here let me see so if the shuttle actually works we're gonna need wow okay we've got two zappy heat ray cannons one in strata and one in fendel okay they're designed to fire simultaneously and focus on a single point in the aqua sphere oh man this is crazy cool how can we use the cannons if they're in two separate countries i think we can control them from here looks like we can adjust the angles and everything klingt doch sehr gut aber ich hab irgendwas von deiner katze ähm was hast du gemacht is something wrong well the cannon and strata is fine but the one in fendel is busted or something of course it is not sure it's not responding i'm gonna have to go there and see if i can figure it out but then assuming everything else works the shuttle is piloted remotely so we need someone to stay here and fly it is that something one of us can do maybe me but yeah i don't know you need real technical know how to pull it off i'd ask my sister but i don't think she's talking to me right now anyway we can worry about that later i'll ask the overseer or something if it comes to it right now we should focus on getting to fendel so i can fix the cannon it's in a facility on the far side of fendel mountain pass up near velinik right let's move on ok dann haben wir ja wieder ein ziel vor augen nicht wahr also dieses kapitel ist auf jeden fall eine ja ein reines hin und her wie gesagt es ist nicht wirklich auf ja man könnte sagen es ist nicht großartig auf kämpfe bezogen es ist mehr auf hin und her gelaufe nicht verwunderlich gut dass wir einfach durch die grenzen marschieren können mittlerweile nicht wahr von der richtung her land natürlich doch we should get the land immediately they'll need our help come on let's move denn wie wir ja alle wissen soldaten sind einfach nur da um kanonfutter zu spielen bruderliebe ja come on let's hurry back to want calm down when you get excited like this you lose sight of everything around you you need to analyze the situation rationally yeah but that's why you're here hubert analyzing situations is your job you know that's not me if there's something i have a chance of protecting i'll do whatever i can to make sure it's safe that's what sophie taught me i see then perhaps i should stop holding back well enough then if i ever see you slacking off in this department i will let you know in no uncertain terms good i'm counting on it hubert ja die beiden als team funktionieren auch prächtig und bevor ich jetzt die ganze küstenhöhle wieder durchlaufe machen wir es uns ein bisschen einfacher und gehen einfach hier oben raus das funktioniert ganz gut eigentlich eigentlich aber ja wie gesagt dieses kapitel ist mehr oder minder eher auf hin und her gelaufen ein bisschen weniger auf ähm kämpfe ausgelegt man wird auch glaube ich vielleicht ein oder ein zwei neue dungeons sehen aber das war's dann eigentlich schon ansonsten ist es halt wirklich nur dieselbe orte ab und an dieselben gegner ich meine die teufel kreaturen die sind jetzt nicht neu aber die sind halt nur so da sag ich jetzt mal blöde das könnte gefährlicher sein ist es aber nicht aber sie greifen mich noch an ich meine wenn man reinguckt haben wir natürlich erstmal wieder die bienen die ich mit 10.000 noch was hp einfach weg putze und dann eben diese monster die auch nicht wirklich ein problem darstellen deswegen weiß ich nicht warum ich großartig gegen sie kämpfen sollte fp sind so je nachdem wo ich gegen sie kämpfe ich meine im fendel haben so die monster von fendel noch dabei das ist dann natürlich ein kleiner ausgleich hier allerdings auf sich allein gestellt geben sie vielleicht 50 fp oder was und die anderen monster geben dann auch erfahrungspunkte aber nicht so viel ist also nicht wirklich lohnenswert gegen sie zu kämpfen aber hey neue gegner oder so ähnlich aber ja stattdessen sind wir jetzt halt am hin und her laufen dass sie nicht mal eine seelenkugel abgeben ist es mir eigentlich auch egal ob ich sie jetzt bekämpfe oder nicht aber ein apfel nehme ich natürlich mit wer kann schon äpfeln wieder stehen kümmer dich nicht drum soldat du machst einen guten job oder auch nicht ich meine schlussendlich stehen hier schon weitere kreaturen ei 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 könnte noch ein bisschen mehr machen ich glaube hier ist kein skip mehr aber dafür mehr kohl kohl ist jetzt auf 14 das reicht dann eigentlich jetzt haben wir denn noch so banan 34 prozentige chance banan herzustellen gar nicht mal verkehrt gar nicht mal verkehrt ok 1 2 2 3 2 3 4 4 Ey, er hat mich mein Lord genannt. Sophie? Sophie? Was wird das? Was? Nein. Nein, 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 nein. Nein. Oder doch. Holy crap. Ja, meine Männer. Ja, meine Männer. Ja, das ist schlimm. Ausgezeichnet, Baby. Guter Mann. Bester Kanonfuttersoldat, den ich jemals gehabt habe. Und in der Tat müssen wir wirklich nur zurücklaufen, oder was heißt zurücklaufen, ins Anwesen zurückkehren. Denn es gibt nichts, was wir hier momentan für die armen Menschen tun können. Leider. Wirklich einfach nur leider. Hi, Mom. Was geht? Das ist akzeptabel. Es ist okay. Danke, Frederik. Die ganz Kirchens. Passt, 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 passt. Äh, passt. Äh, ein bisschen zu viel. Ein bisschen viel zu viel, um genau zu sein. Äh, passt. Und passt. Ausgezeichnet. Zahnrad, passt. Danke. Jetzt kriege ich dieses Geschenk, ähm... Egal, ihr seid hier fertig. Ach, ist das putzig. Gut. So, nachdem ich jetzt das ganz schnell erledigt habe, ab ins Zimmer. Ich meine, Sophie muss sich ausruhen. Ich sollte mich schämen, dass ich überhaupt anfangen und bearbeite, während sie... Ja, doch, am Leiden ist. Ist in Ordnung, ihr seid verziehen. Nein, das ist schon okay. Schlussendlich hat er sich ja die ganze Zeit um Land gekümmert. Also, ist es nur fair, dass wir auch mal eine Runde mit ihm reden. Nachdem wir die ganze Zeit Abenteuer erleben und er unser, wie gesagt, Kanonenfutter-Soldat Nummer 1 ist. Noch immer nicht ausreichend, ja. Ich habe lange vorgelegt, dass ich diejenige, die alle zu schützen würden. Aber wieder einmal war Sophie diejenige, die uns zu schützen hat. Es hat sehr schwierig, zu sehen, dass Lant eine eine neue Runde zu schützen wurde. Ich versuche und versuche. Aber was, wenn ich nie die Kraft finde, die die wichtigsten für mich zu schützen würde? Wie viel mehr müssen wir enden, bevor wir die Ideen erreichen, die wir für die striveben? Tja, wer weiß. Beim nächsten Mal, Leute, kümmern wir uns zum Bailey. Und bis dahin würde ich sagen, auf Wiedersehen und Tschüss. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017